Freunde, ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe natürlich auch, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid. An der Stelle von mir persönlich noch ein frohes Neues. Wir bei Olaid sind gut reingekommen und bieten euch am 13.01. um 10 Uhr direkt den Neujahrs-Sale an. Für Silber- und Diamantkunden geht es auch schon früher los, aber das kennt ihr ja. Im heutigen Video geht es um die Seeblauen Produkte und auch um den Open Mini in Blau. Ich werde euch die Produkte, wie ihr das schon kennt von uns, nur kurz anschneiden. Da wir euch ja schon vollwertige Infovideos auf dem Kanal gezeigt haben, wäre einfach doppelte Arbeit. Schaut da auf jeden Fall einfach auf dem Kanal in der Suchfunktion nach. Da könnt ihr euch dann die Produkte raussuchen und die ganzen Infos erhalten. Ansonsten gibt es natürlich noch unser Flagship-Modell in diesem Sale, die Nitor-Tischlampe. Hat mir euch schon sehr cool vorgestellt. Ich habe euch auch ein kleines Video produziert, ein kleines cinematisches. Könnt ihr euch auch auf dem Kanal natürlich anschauen. Ja, ich wünsche jetzt viel Spaß beim Video. Am Ende könnt ihr wie immer was gewinnen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Fangen wir zuerst mit der Seeker 3 Pro an, die mit 4200 Lumen, einem Abstandssensor und einem intelligenten Drehschalter mit LED-Anzeige einiges zu bieten hat. Obendrauf gibt es noch ein Holster, ebenfalls in Seeblau. Das Video zu Seeker 3 Pro gibt es oben rechts in der Infobox. Gehen wir weiter zu Array 2S, die mit 1000 Lumen Maximalleistung einiges ausleuchtet und mit der ihr dank Rücklicht, zum Beispiel beim Joggen, gut erkannt werdet. Die interessanteste Funktion der Lampe ist in meinen Augen die Gestensteuerung, mit der ihr die Array 2S rein mit den Handbewegungen verstellen könnt. Weiter zu unseren beiden Opens. Der Opens Pro ist selbstsicher im mitgelieferten Transport-Etui, der sich genauso wie der Opens Mini sehr gut an einem Notizbuch macht. Der Opens Pro mit integrierter LED und grünem Laser ist ein treuer Begleiter, der euch in der Dunkelheit auch gerne mal den Weg ausleuchtet. Sein kleiner Gefährte, der Opens Mini, setzt dabei auf sein reines Schreibtalent mit Bolt-Action-Verschluss und platzsparendem Design. Kommen wir jetzt zum Gewinnspiel. So Freunde, da bin ich wieder. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass euch die Farben gefallen und ich hoffe, dass euch der Sale gut gefällt. Schaut euch auf jeden Fall die Night-Tour-Videos von Miro und mir an. Haben wir euch hochgeladen, denn ich finde, die Night-Tour ist ein wirklich cooles Produkt. Und ich denke, der ein oder andere wird die für seinen Schreibtisch auf jeden Fall gut gebrauchen können und deswegen schaut euch die Videos an, macht euch nochmal einen Eindruck von der Lampe und finde ich echt cool die Night-Tour. Ja, was verlosen wir in einem heutigen Video? Ich würde sagen, wir verlosen einen Opens Mini, denn ich weiß, der wird in wenigen Minuten wieder ausverkauft sein und irgendeiner da draußen wird froh sein, dass er den hier dann beim Gewinnspiel gewinnt und noch einen ergattern kann. Ja, Teilnehmerbedingungen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Kommentiert dieses Video einfach und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Ich wünsche viel Spaß beim Sale. Schaut euch die kommenden Videos noch an oder die, die es auf dem Kanal schon gibt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.